Es ist passiert, Revi ist im Poster, macht den ersten Teil der Runde und ich... Das ist... Revi, du warst. Ich war's nicht. Ich bin Crewmate. Du bist... Das ist der Spiel, die hat schon nicht begeben, das ist auch ein Teuerl, das ist 30. Du kommst raus. Knossi ist live. Ja, ja, Chat, wir wissen es, der kommt jetzt. Ich war noch nie im Poster-Chat, nein. Oh, Baby. Let's go, Crewmate. Wir sind wieder back am Start, meine Freunde, mit einer aktiven Runde von Among Us mit dabei heute. Verschiedenste Menschen, unter anderem Tim Gabel. Ich bin's, Tim. Und auch Basti Gergi. Reef ist dabei, Brumatra ist dabei. Ja, Leute, und ich bin heute mal wieder Crewmate. Das ist eine ganz neue Nummer. Crewmate bis dato noch nie gewesen. Genau. So, gleich erstmal schön umgebracht werden. Oh, Karl, es war gerade schon sehr sass wieder. Karl war gerade schon wieder, der hatte Bock. Man sieht an den Bewegungen, wenn jemand zurücksteppt, dass die Bock haben, dich umzubringen. Crewmate Simulator, sein Vater. Karl ist mir jetzt schon irgendwie sass. So. Leute, warum sag ich's überhaupt? Ich predikte es. Ich predikte es. Jedes Gottver*** Mal predikte ich es. Dieses Spiel ist ein großer Haufen Scheiße und ich werde niemals mit diesem Spiel Spaß haben. Niemals. Ey, chillt. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Basti, ich habe gesehen, wie er gewendet hat. Ich wollte ganze Zeit Dinger im Emergency Meeting machen, aber Stromausfall war. Also, no shit. Ja, junger Alter. Vor allem, dass ihr mir so lange nicht geglaubt habt. Das hat mich so geschildert gerade. Kommen in meinem Leben einfach einmal in den Podcast. Hab ich nicht Platten, Natten, Discord. Platten, Natten, Discord. Pass auf. Okay, ich bin da. Okay, wir move'n dich. Ja, bin schon drinbleiben. Ciao. Junge, warte mal. Also, ey, hallo. Ey, ist Reveel auch da? Reveel, Junge. Die heißt Reve da, ja. Wer ist alles hier? Wer ist alles hier? Hallo? Ich bin der Jens. Ey, Reveel. Jetzt ist das erste Mal, dass wir in echt reden, gell? Reveel. Ja, ich schreibe mir die öfter Instagram. Junge, die ist noch nicht mal 18. Das weißt du, Jens, ne? Dass Antonia 17 ist. Was schreibst du mit dir? Bist du 17? Ja, ich werde 18 nächstes Jahr. Zieh mal, ganz schnell die Bilder zurück. Ja, aber das musst du mir doch sagen, bevor sie mit dir da in Ruhe-Gespräch geht. Und zwar so ein Detail geht die mit mir immer. Du kannst Bilder zurückziehen bei Instagram. Mach schnell, da kann sie dir nichts. Da kann sie dir nicht. Zieh schnell zurück. Ist mir auch schon 3, 4, 5, 500 Mal passiert. Alles gut. Ey, ich freu mich sehr, wenn ich jetzt mit euch spiele, Mongoars. Ich hab einmal gespielt, ne? Ich hab ein einziges Mal gespielt. Hör doch mal zu hier. Ich hab ein einziges Mal gespielt beim letzten Mal, ne? Aber ey, bam, wenn ich der Composter bin, rennt. BAM! Ich bin drin. Das hier muss ich den Hut nehmen. Das ist geil. Hat Klassi ein Meeting gemacht? Oh, der Gartner. Boah, Tim, das ist so geil. Tim Gabel, einfach einer der besten Bodybuilder Deutschlands als Geleitschut zu haben. Ich blick gar nicht. Bei mir ist auch Report kurz aufgeblinkt. Ich krieg Fehlermeldung hier einfach. Report, Report, Alter. Das ist das Meeting. Das ist das Meeting. Ich weiß nicht mehr, wo ich war, Alter. Was laberst du? Jens, bitte. Rewi war safe nicht, weil ich war mit Rewi die ganze Zeit. Knossi auch nicht. Ja, aber warte mal. Knossi, das Ding ist, Knossi könnte aus Versehen eben diesen Dings Emergency Meeting gemacht haben. Ja, Alter, Mann, ey. Mein Chat hat doch gesehen, das ist bei mir, poppt es auf einfach. Ah, Mann, hat sick, Alter. Das war beim letzten Mal nicht so. Ne, 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 ich verdächtige dich auch nicht. Ich sag nur, dass du es bist. Ja, Reiss, Reiss, Farbuck und ich sind safe für den Killer. Was bitte hab ich gemacht? Einen umgebracht. Rewi, wo warst du? Rewi, wo warst du? Ich war mit Tim bei, was ist das? Warte, gegenüber von Navigation. Navigation und O2 runter Shields. Ich hab Refehl gesucht, die ganze Zeit. Ich hab's auf Wuppen. Damit war's nicht einmal. Ich hab dich nicht einmal gesehen. Nicht ein einziges Mal. Wir haben uns gegenüber gestanden. Ich glaub, Knossi ist ein bisschen sus. Ja, find ich auch. Er kam, mit wem willst du denn nochmal laufen? Der ist mir halt aus Storage entgegengekommen. Von Richtung Communication Shield. Ja, und richtig, genau. Und ich hab ihn eben bei Navigation gesehen. Ich hab ein bisschen Angst. Lass uns ihn mal beobachten. Lass uns ihn mal beobachten. Chat lacht sich tot, weil ich selber gar nicht weiß, wovon ihr redet. Ich hab überhaupt gar keinen Plan. Digga, das ist nicht wahr hier, was hier wieder los ist, Leute. Was ist jetzt schon wieder? Jens, mute dich bitte. Oh. Boah, ist gefährlich hier gerade, Leute. Ist gefährlich. Ich sag's, wie es ist. Vielleicht wieder Cavalier umgebracht werden. Gar kein Bock. Achtung. Alright. Ähm, Rhys. Hallo? Du kamst gerade Lower Engine mir entgegen. Direkt mir entgegen. Hast du die Leiche nicht gesehen? Welche Leiche? Ich verstehe gar nichts, Alter. Welche Leiche? Ja, wo hast du den gefunden? In Lower Engine? Ich hab den Lower Engine direkt gesehen. Also, den hätte man gesehen. Ja, ich hab ihn schon gewoltet, Bro. Ich hab ihn schon gewoltet. Ich hab ihn schon gewoltet. Ey, das Einzige, die ich gesehen hab, war Refill. Und ich bin hinterhergelaufen. Ja, du warst halt kurz im Madbear, aber hast halt nichts gemacht da, ne? Und dann bin ich halt... Weil ich dich gesehen hab, ich suche nur dich. Wenn der Hund den Knochen hinterherläuft. Revi, wo warst du am Ende? Revi, wo warst du am Ende? Ich war am Ende Cafeteria, bin ich gerade reingekommen. War vorher bei Navigation, hab da gerade hochgeladen. Ich hab... Hast keine Leiche gesehen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Einfach mal... Revi warst. Revi, weil ich einfach jetzt Bock hab, weil ihr... Knossi, hör mit auf zu. Wer warst denn? Dann erklär mir mal, wen ich jetzt voten soll. Fabio, es soll nicht einer. Revi hat wahrscheinlich Bastille mit der Viterierung gebracht. Wen soll ich nehmen? Wer ist Komposter? Rez. Sag, überzeugt mich einer. Nein! Rez. Fabio ist auch sehr leise. Fabio ist sehr leise. Aber ich glaube nicht, dass... Knossi, warum? Weil ich dich nicht leiden kann. Das ist so eine Sch***. Aber Rez ist eigentlich raus. Oh. Äh, Jens? Ja, Knossi. Was denn? Herr Knossala, wo waren Sie? Ich weiß es nicht, wo ich war. Raus mit dem, komm. Raus. Ja, ich stand auch gerade... Mit irgendeinem von euch stand ich von der Tür und ich konnte nicht durch. Den hast du aber dann umgebracht, ne? Ich notiere Zahlen und mache und tue. Ich labere mich voll. Ja, weil es auch Knossi so viele Tasks gemacht hat. Ja, das glaube ich auch. Ich habe Kreditkarte. Ich habe gemacht mit Zahlen. Ich habe Schnüre verbunden. Welche Farben habe ich Schnüre? Welche Farben? Verschieden. War Blau dabei? War du mich jetzt verarschen? War Blau dabei, Jens. Ich glaube ja. Lügen, Jens. Ey, Rewi. Wieso gehst du immer so auf mich? Wieso gehst du so auf mich, Rewi? Weil du spielst es sehr gut. Du spielst sehr gut den Losten. Wieso gehst du aber auf mich? Ich verdächtige dich. Ich verdächtige dich. Nein, nein, nein. Ich glaube, Karl hat keine Aufgabe mehr. Ja, aber wer ist denn da, Imposter? Ich habe auf jeden Fall was zu tun. Mann, Antoni, einer lügt doch hier. Ist doch safe. Jetzt haben wir Knossi gewartet. Wir haben wirklich Knossi gewartet. Knossi, du musst die Aufgabe schnell fertig machen. Dann haben wir gewonnen. Ja. Was? Ich wusste es. Habe ich einfach Jens, Knossala, ist vom Teufel besessen. Ich wusste es. Die fand ich cool. Das war eine sehr klasse Runde. Die hat durch Switch gefehlt gerade. Ey, war eine geile Runde jetzt. Danke. Ja, ey, saugeil, Jens. Let's go. Nochmal. Auf geht's. Wir machen das Schiff sauber. Alle zusammen. Kabel. 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 Ja, Baby. Ich wollte gerade Farbe wechseln. Nein. Oh Gott, das hätte ich niemals gedacht. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das erlebe. Sieben Stunden weiß gar nicht, was ich machen muss. Es ist passiert. Revi ist Imposter, macht den ersten Kill der Runde. Und das ist... Das ist so eine... Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte... Ich bin es nicht... Das ist so unfair. Er kommt rein. Er bringt sie um. Und er kriegt die Schuld. Ich habe Revi genommen. Ja, klar. Mit mich alle. Das ist so eine... Er geht nicht immer nach... Er geht nicht immer nach... Theorie. Er hört auch mal hin, wie die redet. Ganz kurze Frage. Wer war die ganze Zeit an Camps? Der muss... Der muss... Nein, der muss Chef sein. Der muss... Nee, die war es 1000%. Die ist mir die ganze Zeit nicht mehr gelaufen. Ich sag's euch. Die war Ultra-Sass. Die ist die ganze Zeit versucht mich zu killen. So eine geile Runde. 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 So ein geiles Game. So ein geiles Game. Favo, danke. So ein geiles Game. Einmal. Ich warte sieben Stunden da drauf. Und dann kommt Favo an. Bis zum nächsten Mal.